Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das Edle im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden, sterben, schlafen. Nichts weiter, denn wer ertrügt der Zeit in Spott und Geißel, des mächtigen Druck, des stolzen Misshandlungen, verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die unwertschweigenden Verdienster weist, wenn er sich selbst in den Ruhestand setzen könnte. Danke, wir haben alles heute. Soll ich das Foto noch machen? Ja, fürs Plöken an, gerne. Nicht sterben, nicht schlafen. Hauf zur Antität in dem Moment. Das ist ein Foto noch machen. Bis zum nächsten Mal.